Ja, moin moin und hallo, hier ist der Kegel PC Player. Ja, ich hab mal was geplant. Ja, ihr wisst ja eigentlich mal keine Let's Plays mehr, aber ein paar kleine Projekte möchte ich noch arbeiten. Ja, und ich möchte direkt ein Projekt von mir mal jetzt vorstellen für euch. Und ich suche Leute, die da wirklich mitmachen. Und zwar, es geht um folgendes. Ich spiele auch seit mehreren Wochen begehrt, oder wieder eigentlich mal hier Arma 3 wieder. Und zwar besonders die Modifikation für Atlas Live. Jeder kennt es, hat bestimmt schon bei Kronk gesehen, bei Sarah, Zah, bei Pipapo, Schnulli, Polau und so weiter. Ja, ich zock's auch. Ich mache daraus kein Let's Play. Aber wenn ihr wollt, wir können ja auch zusammen zocken. Und damit diese Zocken auch viel mehr Spaß habt, habe ich ein kleines Projekt jetzt gestartet. Und zwar, das ist ein, sagen wir mal, ein Aufbauprojekt, was hoffentlich auch sehr lange läuft. Das Projekt lautet KTC. KTC ist übersetzt für einen ausgedachten Firmennamen, äh, für eine ausgedachte Firma namens Kavala Trade Company. Ja, ihr hört selber richtig. Ich möchte ein kleines Unternehmen gründen auf einem Server. Welcher Server das ist, das erzähle ich gleich. Erstmal zum Spielgeschehen, was überhaupt bei KTC gemacht wird. Ja, ihr werdet, sagen wir mal, eingestellte von KTC sein, die wirklich für dieses Unternehmen arbeiten. Das Unternehmen, das Unternehmen KTC ist ein wachsendes Unternehmen in verschiedenen Branchen von Atlas, also von Server Atlas. Und zwar, äh, vorläufig wären das die Branchen Transport, Unterstützung für Farming und Handel. Jetzt mal zu den Einzelheiten. Und zwar, zur Sparte Transport gehören die Tätigkeiten wirklich von Transport von Gütern und Waren innerhalb der gesamten Karte dazu. Damit ist gemeint, dass, wenn die Kunden uns angefordert haben und dass wir gewisse Güter hinbringen müssen, machen wir das auch. Und wir liefern dann mit LKWs, ähm, die ganzen Güter von A nach B. Okay, der zweite Punkt ist Hilfe bei Farming. Ja, das ist eine zweite größere Spalte, wo, äh, die wir nochmal zusätzlich aufbauen. Und zwar, wir unterstützen Bambis, beziehungsweise auch einzelstehende Farmer, ähm, durch Hilfesaktionen. Das heißt, wir unterstützen mit, ähm, dem Farming, transportieren auch die Gegenstände, ähm, zu den Verwertern und bringen das dann alles zum Markt mit. Diesen Entgelt, oder diese Tätigkeit, also die Aufwendung von der Arbeitskraft bei dem Farming, lassen wir uns natürlich auch gegen Entgelt wieder auszahlen. So, und die dritte, äh, dritte große Spalte innerhalb der Firma wird das Trading sein. Denn auf dem Server, wo wir dann spielen, ist eine sogenannte Börse eingerichtet. Das heißt, da ist es auch sehr stark erkenntlich, wie viel Geld da, oder wie viel, welche Ware aktuell bringt. Um diesen Prozess für uns, also zu unseren Gunsten auch ein bisschen abzuwandeln, werden wir auch verschiedene Trading Centers, also Geschäfts, äh, Handelszentren, an verschiedenen Punkten von der ganzen Map aufbauen, wo dann auch die fahrenden Händler zusätzlich, ähm, ihre Waren abgeben können. Diese Waren nehmen wir gegen verringerten Entgelt an. Wir basieren das, die ganze Preisgeschichte, nur kurz, ich schon mal gesagt, alles über den Handelspreis. Das heißt, es verringert sich auch wieder und steckt bei uns auf. Wir verkaufen auch von dort die Waren weiter an die Kunden. So, was handelt ihr, äh, oder was haltet ihr denn davon, von dieser ganzen Geschichte, also von den, äh, KTC, Kavala Trading Company? Würdet ihr gerne da mitmachen, oder habt ihr da wirklich kein Interesse und ich soll irgendwas anderes, äh, freizeitmäßig jetzt aufrunden? Das könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Jetzt kommen wir zum Eingemachten, und zwar, wenn ihr mitmachen wollt, ihr habt drei Möglichkeiten, euch direkt auf anzumelden. Na, eigentlich vier Möglichkeiten, aber die vierte ist ein bisschen banal. So, die erste Möglichkeit, unten in der Videobeschreibung, ist der Link zum Forum von den Serverbetreibern. Der Server wird betrieben, oder wird immer noch betrieben von weareversuchita.de. Das ist eine Community, die gerade sehr stark im Aufbau auch, ähm, mit dabei ist. Diese Firma, die wir da haben, natürlich. Ähm, wälder, sorry. Ihr könnt euch, ich bin selber da angemeldet, könnt euch selber dort anmelden. Ihr wendet euch dann direkt an mich, schreibt dort die Bewerbung, ähm, mit dem Titel Bewerbung für KTC. So, Punkt Nummer zwei, wo ihr euch bewerben könnt. Ihr könnt direkt nach AMA3 reingehen, und mich direkt auch vor Ort anschreiben. Server-IP steht auch gleich natürlich in der Videobeschreibung. Nummer drei, ihr könnt direkt auch alles, wie immer in der Videobeschreibung, könnt auch direkt über die TS-ID in das Spiel, also in den TS-Server reingehen. Dort findet ihr mich auch, schreibt mich einfach direkt an, ich werde auch direkt antworten. Und, wir gehen runter in einen anderen Channel, und ich gebe euch mal weitere Informationen, wo ihr euch bewerben könnt. So, Windows-Alter ist mir relativ schnuppe. Wichtig dabei, oder für die ganze Spielgeschichte ist, ihr müsst RP-fähig sein, und dürft an keinen illegalen Aktionen innerhalb der RP-Geschichte von KTC dran teilnehmen. Die illegalen Aktionen sind RDM, VRDM, sowie Transport von illegalen Waren und Waffen. So, wieso ich jetzt erstmal so einen großen Aufreißer jetzt über die ganze Geschichte mache, ist einfach auch, weil es mir jetzt richtig viel Spaß macht, auch mit euch dann zu zocken. Außerdem habe ich von den Admin auch schon das halbwegs okay bekommen für zusätzliche Aufwendungen. Das heißt, wenn die ganze Geschichte wirklich rund läuft, dann macht selbst der Admin bei unserer Geschichte mit, bei den Trading Center. Und wir bekommen auch verschiedene Voraussetzungen, das heißt, ein richtiges, großes Firmensitz, Firmenfahrzeuge wirklich für uns angepasst, sowie auch neue Kleidung und alles Mögliche dazu. Dafür muss erstmal dieser Aktion wirklich lange laufen, die beobachtend ist. Deshalb macht mit, das macht Menge Spaß, und wir werden auch wirklich viel miteinander leben. So, das war jetzt das Infovideo, ein längeres Infovideo natürlich, zur ganzen Geschichte von KTC, also Kavala Threads Company. Im anderen Video, ihr seht gleich, ein Video an der Seite, da einfach mal draufklicken, dann kommt ihr zum Infovideo von Penetrator, beziehungsweise auch von mir, weil das ja auch auf meinen Channel läuft. Dieses Video auch bitte bis zum Ende ansehen, denn da gibt es eine kleine Einstiegsüberraschung, falls ihr auf diesen Server kommt. So, wenn ihr noch ein paar Fragen habt, natürlich ab in die Comments damit, beziehungsweise kommt ins Spiel rein, auf diesen Server. Und ich freue mich auch schon, wenn ihr euch seht, dann beantworte ich euch auch alles. Und ja, das war es jetzt von meiner Seite, der KKPC Player. Guckt sich jetzt mal Fußball an, ja? Ihr hört richtig, Fußball, heute ist der 12.06. Und ich mache dieses Video kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft. Gut, bis dann wünsche ich euch alles Gute, einen schönen Abend, freut euch über Fußball und ähnliches. Bye, bye und ciao.